Du möchtest gerne deine Ernährung umstellen, damit es dir einfach endlich besser geht. Du hast vielleicht gesundheitliche Herausforderungen und die willst du endlich einfach auflösen. Du hast gehört, das Ganze geht quasi auch über die Ernährung. Das ist ein großer Part davon. Und jetzt stehst du da in einem vollkommenen Dschungel voller Ernährungsexperten, Ernährungswissenschaftler, einfach voller vieler Möglichkeiten. Was darfst du tun? Was darfst du nicht tun? Sollst du dich jetzt High Carb, Low Carb mit nur Fetten, ohne Fetten, viel Kohlenhydrate, keine Kohlenhydrate? Sollst du vielleicht auf Milchprodukte verzichten? Sollst du vegan leben? Sollst du Rohkost leben? Wie sollst du dich einfach ernähren, wenn du deine Ernährung umstellen möchtest? Und das, weil du deinem Körper quasi ein Stückchen Gesundheit zurückschenken möchtest? Und genau das erzähle ich dir jetzt in diesem Video. Man darf das wirklich nicht unterschätzen, was so alles bei einer Ernährungsumstellung da auf einem zukommt. Und wenn du glaubst, du hast schon die perfekte Ernährung, dann verspreche ich dir, dann gibt es einfach immer noch ein Scheibchen, das du oben drauflegen kannst, um sie einfach zu optimieren. Denn unser Körper mag es ganz einfach besonders leicht zu sein. Du bist gerade ein Fötus und kommst erst gerade zur Welt, also wirst jetzt erst geboren. Dieser Fötus besteht aus 99, irgendwas Prozent nur Wasser, bis er mal neun Monate oder zehn Monate, da gibt es ja auch schon jetzt verschiedene Studien, im Mutterleib, also im Bauch einer Frau heranwächst. Somit könnte man ganz einfach sagen, wir sind Wasserwesen. Und dass unser Körper einfach immer leichter werden möchte, ist doch komplett logisch, wenn wir ja eigentlich Wasserwesen sind. Das, was ich super spannend finde und was ich in den letzten Monaten und Jahren herausgefunden habe, ist, dass wir einfach so erzogen wurden, dass wir uns nicht leicht fühlen, sondern dass wir uns eigentlich sehr schwer fühlen. Dass wir uns müde fühlen, dass wir viel müder werden, dass wir nicht so klar im Kopf sind, dass wir Dinge nicht so gut begreifen können. Und ich glaube, dass ein großer Teil dazu beiträgt, dass wir quasi so werden, sind nicht nur unsere Gedanken oder das, was uns quasi unsere Eltern vorleben, sondern einfach ganz einfach auch das, was wir zu essen bekommen. Schau dir mal an im Supermarkt. Ich kann mich noch erinnern, als ich ein Kind war, kam gerade die Werbung von einer Milchschnitte raus. Milchschnitte hat es geheißen, ist mit viel Kalzium, ist etwas Süßes, ist eben die perfekte Jause für dich in der Schule. Wir haben damals in der Schule auch quasi ein Milchpäckchen zum Trinken bekommen. Also du konntest dir aussuchen, möchtest du ein kleines Päckchen Milch oder einen Kakao trinken. Da hat es halt geheißen, das ist besonders gesund für die Knochen und für den Wachstum für die Kinder. Deswegen unbedingt Milch trinken. Ja, wenn wir ein paar Jahre zurückrechnen, dann gab es im Fernsehen quasi Werbung über die erste Malbüro ist rausgekommen, also Zigaretten. Zigaretten waren damals quasi auch ein Thema. Du kannst deine Ernährung optimieren und länger leben, gesünder werden, wenn du anfängst zu rauchen. Und für mich ist dieses ganze Sammelsurium an den letzten Jahren, Ich würde jetzt mal sagen, leider gibt es jetzt das Internet, also zum Glück für uns und leider für die Lobbyisten. Denn wir können das Ganze jetzt einfach nachvollziehen. Wir können uns das anschauen, können selber logisch darüber nachdenken. Und ich habe ganz einfach festgestellt, ich glaube, dass Zigaretten nicht gesund sind und dass Alkohol nicht gesund ist. Und ich habe auch verstanden für mich, dass Milchprodukte nicht gesund sind. Und ich habe auch verstanden, dass der vegane Lifestyle nicht gesund ist. Weil du darfst verstehen, vegan ist nicht gleich vegan und Rohkost ist nicht gleich Rohkost. Oder fleischlich sich zu ernähren ist auch nicht gleich fleischlich. Du darfst nicht immer alles unter einen Topf werfen. Und ich möchte jetzt quasi sagen, wie du es am besten schaffen kannst, deine Ernährung so umzustellen, dass es für dich optimal ist und dass du quasi deinen Weg einfach durchziehen kannst. Und da komme ich jetzt einfach auch schon so zu dem allergrößten Punkt. Du darfst dir überlegen, warum machst du das? Warum möchtest du deine Ernährung gerade umstellen? Hast du eben gerade eine körperliche Herausforderung? Bist du irgendwie eingeschränkt? Hast du irgendwie eine Krankheit? Hast du eine potenzielle Einschränkung quasi? Also beim Stiegensteigen kriegst du nicht mehr so viel Luft? Oder gibt es irgendwas, was dich quasi körperlich einschränkt oder geistig einschränkt? Oder merkst du, dass du einfach ständig müde bist und du möchtest diese Müdigkeit loswerden? Steckst du in einer psychischen Krankheit und möchtest die quasi auflösen? Also es gibt so viele Möglichkeiten. Überleg dir dein Warum. Bist du vielleicht gesund und möchtest noch gesünder werden? Möchtest du dich einfach leicht fühlen? Oder möchtest du dich durch deine Ernährung einfach frei fühlen? Das ist der Weg, den ich gewählt habe. Ich möchte ganz einfach frei und unabhängig von Werbung sein. Ich möchte ganz kurz sagen, wie jetzt mein Weg gerade ist. Ich bin jetzt seit drei Jahren in meiner Ernährungsumstellungsphase. Ich schätze mal, sie ist noch nicht abgeschlossen, weil das dauert einfach. Leute, es geht nicht von heute auf morgen. Und ich habe meine Ernährung umgestellt, als ich 34 Jahre alt war. Ich bin jetzt eben 37 und ich meine, ich habe 34 Jahre lang quasi eine Art der Ernährung für mich gewählt, die mir vorgelebt wurde und die als gesund galt. Und heute weiß ich, dass das eben für mich nicht der richtige Weg ist. Und ja, somit darf ich meinem Körper einfach Zeit geben. Das ist schon mal der erste Punkt, den viele nicht verstehen. Wenn du deine Ernährung umstellst, dann ist das ein Prozess, ein Prozess, der dauert. Und der dauert einfach nicht einen Monat oder eine Woche und nicht einen Tag, sondern der dauert mehrere Jahre. Und diese mehrere Jahre gilt es einfach, ich sage jetzt mal, für dich ständig herauszufinden, was tut dir gut oder was verändert sich gerade. Und da dann einfach auf deinen Körper hören und aktiv mit deinem Körper quasi mitarbeiten. Also nicht gegen deinem Körper arbeiten, sondern mit deinem Körper arbeiten. Was bedeutet das? Das bedeutet zum Beispiel bei mir, ich habe eben vor drei Jahren auf Rohkost umgestellt, pflanzliche Rohkost. Also ich esse nichts, was gekocht ist. Also kein Lachs, kein Fisch, kein Fleisch und auch keine Rohmilch oder Rohbutter. Es gibt so viele rohe tierische Produktmöglichkeiten, die nehme ich nicht zu mir. Und dann habe ich für mich auch beschlossen, auf Salz einfach zu verzichten. Natürlich auf raffinierten Zucker, aber eben auch auf chemisch verarbeitete Produkte. Und da gehören für mich so Produkte wie zum Beispiel Agavendicksaft, Reissirup oder sonstiges einfach dazu. Also so verschiedene Kokosblütenzucker, so verschiedene Möglichkeiten, die ich einfach nicht optimal finde. Für mich hat das geheißen, dass ich, als ich auf Rohkost umgestiegen bin, als ich gesagt habe, heute ist Tag X und ab heute fange ich an, dass ich diesen Weg verfolgen möchte. Und dann hat mir meine Gedanken, mein Geist, haben mir einfach irgendwie Herausforderungen gestellt und haben irgendwann einmal gesagt, boah mein Gott, du brauchst unbedingt eine Pizza. Und meine Familie, die hat ja nicht ihre Ernährung umgestellt, die haben quasi auch einen Pizzaabend zum Beispiel gemacht. Und ich war da halt auch dabei. Und für mich hat das geheißen, dass ich dann immer entschieden habe, okay, heute bleibe ich bei meiner Rohkost, mache ich mir vielleicht eine Rohkostpizza oder mache mir einen Salat oder esse eine Wassermelode oder esse einen Mais oder sonstiges. Oder heute entscheide ich mich bewusst dafür, auch ein Stück Pizza zu essen. Und wenn ich mich dafür entscheide, dann mit einem guten Gefühl, mit einem guten Gewissen und mit positiven Gedanken. Weil ich weiß, dass ich mich auf einem Weg befinde, dass ich gerade einen Prozess durchlaufe. Und dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Ich weiß nicht, wie lange der dauern wird, aber der ist sicher noch nicht abgeschlossen. Und das hat mich dazu gebracht, dass ich einfach innerlich keinen großen Druck und keinen großen Stress hatte, weil ich weiß, ich möchte diesen Weg verfolgen und diesen Weg gehe ich. Und dass dieser Weg einen Abstecher macht oder quasi so einen Ausrutscher hat oder eine Probe geht, dann ist das legitim, das ist super in Ordnung. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe dann einfach immer bewusst geschaut, wie geht es mir? Und ich habe zum Beispiel in dem einen Video, habe ich da ganz viele Erfahrungsberichte, wie es mir geht, wenn ich einen Löffel Kartoffelbrei esse oder wenn ich ein Stück Pizza Margherita esse. Was das mit meinem Körper macht, das kannst du dir gerne anschauen, wenn dich das interessiert. Ja, und dann habe ich ganz einfach festgestellt, dass ich, weil ich reflektiert habe, wie es mir gegangen ist und mir ist es meistens nicht sehr gut gegangen, wenn ich gekochte Nahrung gegessen habe, dass ich das einfach auf Dauer nicht möchte. Und irgendwann, ich habe dann immer wieder mal einige Zeit lang quasi Pizza gegessen, dann hat mir gereicht, ein Bissen zu machen, dann musste ich nicht mehr ein ganzes Stück essen. Eine ganze Pizza habe ich eh nicht mehr geschafft, also schon lang, also seit ich umgestiegen bin nicht mehr. Aber zwei Stück habe ich mal geschafft. Und dann hat es mir irgendwann einmal gereicht, an Pizza zu riechen. Da musste ich auch nicht mehr nur einen Bissen machen. Und mittlerweile ist es so, dass ich jetzt seit über einem Jahr gar keine Pizza mehr gegessen habe. Und jetzt quasi, also zwei Jahre lang, habe ich immer wieder mal ein Stück gegessen oder was gekostet oder was probiert oder so. Und nach diesen zwei Jahren war mein Körper so weit und mein Geist vor allem so weit, dass er gesagt hat, okay, das willst du nicht mehr. Und heute ist es so, wenn wir in der Familie zu Hause Pizzaabende machen, dann ist es für mich überhaupt kein Problem. Dann habe ich null Interesse, null Bock, da irgendwie reinzubeißen. Aber ich habe meinem Körper auch die Zeit gegeben. Also gib dir Zeit und stress dich nicht. Wenn du zum Beispiel Menschen in deinem Umfeld hast, die deine Ernährungsumstellung nicht verstehen, die nicht verstehen, warum du vegan leben möchtest oder warum du nur Rohkost essen möchtest, dann habe ich auch einen guten Tipp für dich. Niemand sagt, dass du dich permanent rechtfertigen musst. Du kannst ihnen sagen, dass es für dich jetzt gerade einfach ein Experiment ist oder dass du dich gar nicht auf vegan umstellst, sondern dass das für dich jetzt gerade so eine Probe ist. Oder dass du heute halt keine Lust hast auf tierische Produkte oder dass du heute keine Lust hast, gekochte Kartoffeln zu essen, sondern dass du einfach dazu stehen möchtest und dass du seine Unterstützung dir wünschst, dass du einfach das jetzt essen darfst, ohne dass wir da groß ein Thema draus machen. Ich habe gemerkt, je offener und je direkter du deine Bedürfnisse und deine Wünsche aussprichst, desto selbstverständlicher wird das Ganze auch von deinem Umfeld angenommen. Weil wenn du jetzt nicht auf quasi Konfrontation gehst und sagst, ich esse das auf keinen Fall, weil da sind keine Nährstoffe mehr drinnen oder ich esse keine toten Tiere, weil das tut meiner Seele weh und das könnte ich nicht mehr übers Herz bringen, dann lieferst du dem anderen Konfrontationsstoff. Tust du das aber nicht, sondern sprichst du über deine Gefühle und dass du jetzt einfach entschieden hast, heute, nur jetzt in dieser Sekunde, das nicht zu essen, dann gibt es einfach kein Potenzial für irgendwie eine Streiterei oder eine Nacht. Wenn du jetzt deine Ernährung umstellen möchtest und das aber nicht nur für dich alleine machen möchtest, sondern gleich für deine Kinder auch, weil die sind vielleicht gerade ein Jahr oder fünf Jahre oder zehn Jahre oder sieben Jahre oder vier Jahre, egal wie alt sie sind, du möchtest, dass sie das gleiche Glück erleben können und empfinden können, das auch du erlebst, dann kann ich dir nur sagen, ich verstehe dich, weil mir geht es auch so. Am liebsten würde ich mir wünschen, dass mein komplettes Umfeld auf Frohkost umsteigt, weil ich weiß, dass das die absolut richtige, beste und optimalste Ernährung ist. Für mich hat zum Beispiel meine Ernährung so ausgeschaut, dass ich, als ich auf Frohkost umgestellt habe, habe ich sehr viel Gourmet-Rohkost gegessen und heute esse ich sehr viel Wildkräuter und eigentlich Monomahlzeiten. Ich esse sehr wenig Gemischtes und wenn ich einen Salat esse, dann kommen da meistens zwei, drei, vier Zutaten rein, aber nicht 20. Es gibt so viele köstliche Gerichte, die man eben auch Kindern zubereiten kann. Aber bitte bedenke eins, hättest du wollen, dass man dir vorschreibt, was du essen sollst? Angenommen, du bist jetzt zehn Jahre alt und deine Mutter stellt jetzt auf Frohkost um oder auf vegan oder auf vegetarisch oder wie auch immer. Hättest du als Zehnjähriger wollen, dass deine Mutter dir sagt, das darfst du nicht mehr essen, weil das schadet deinem Körper? Oder hättest du es vielleicht selber herausfinden wollen? Oder hättest du es vielleicht schöner gefunden, wenn sie dich mit einbezieht und nicht quasi so eine Regel feststellt? Und da kann ich dir nur sagen, finde einen Weg, wie du dein Kind mit einbeziehen kannst, wie du deinem Kind keine Angst machst. Weil wenn du sagst, das, was du da isst, hat null Nährstoffe und davon wirst du krank, dann bist du der pure Angstmacher und ich möchte mein Kind nicht zu Ort ziehen. Ich habe mich entschieden, den Weg der Vorbildwirkung zu gehen und habe sowohl meinem Mann als auch meiner Tochter einfach nie vorgeschrieben, dass sie auch ihr komplettes Leben umstellen sollen und auch auf Frohkost umsteigen müssen, sondern habe einfach mein Ding gemacht und habe für sie nach wie vor gekocht oder ihr Essen zubereitet, außer Fleisch. Das schaffe ich einfach nicht mehr zuzubereiten. Das schaffe ich vom Geruch her nicht. Aber ich habe kein Problem, dass mein Mann Fleisch isst, weil er ist erwachsen, er darf seine eigene Entscheidung treffen. Und ich kann dir nur sagen, wenn du diese Leichtigkeit in deinem Kopf hast, wenn du verstehst, dass jeder Mensch seine eigenen Entscheidungen treffen darf und du einfach nur Vorbild sein kannst, also nur, stelle dir mal vor, was das für eine Wirkung hat. Als ich ein Kind war, waren Chaolin-Mönche für mich ein krasses Vorbild. Ich habe auch jetzt verschiedene Vorbilder, die mir verschiedene Lebenssituationen vorleben oder verschiedene Variationen von Lebensmöglichkeiten, die ich extrem cool finde und ich nehme mir von jeder das raus, was sich für mich für optimal und gut anfühlt. Und genau das möchte ich dir auch empfehlen. Such dir einfach Vorbilder, die du cool findest, die du gut findest, wo du vielleicht nicht alles gut findest, was die machen, aber einen gewissen Teil, den sie gut finden. Such dir das raus und dann, ja, schau dir an, wie gehen sie damit um, wie leben sie damit, was machen sie, wie sprechen sie, wie reden sie, was empfehlen sie dir und dann schau, was du davon umsetzen kannst und was du davon so ummünzen kannst, dass es für dich richtig ist und dass es für dich gut passt. Genau so darfst du dann Vorbild für dein Kind sein, für deine Kinder, für deine Tochter, für deine Eltern, für deine Nachbarn, für deine Großeltern, für deinen Ehemann, für deine Frau, für sonstiges. Also einfach nie davon ausgehen, dass nur weil was für dich richtig ist, dass es für den anderen auch richtig ist. Also der wichtigste Schritt, du machst ja deine Ernährungsumstellung genau für dich, für dich selber. Du machst sie nicht für deine Kinder oder für deine Nachbarn. Du machst sie in erster Linie für dich, für deinen Körper. Und meistens ist es so, wenn du eine körperliche, positive Veränderung gemacht hast, dann kommen die anderen Leute von alleine und fragen nach so, hey, wie geht es dir denn? Warum machst du das? Wie hast du das gemacht? Und so weiter und so fort. Es ist ähnlich wie bei allen Umstellungen. Eine Zeit lang waren ja diese frei und unabhängig, finanzielle Unabhängigkeit und so Gurus da quasi am Markt draußen, die hat man auch quasi am Anfang immer nur belächelt und gesagt, ja, ja, das geht ja nicht, das kannst du nicht, das funktioniert nicht, weil es einfach ein neues System war. Und heute weiß man, aha, dieses System funktioniert. Es gibt wirklich Menschen, die irgendwo in Thailand leben und passives Einkommen haben und nichts mehr dafür tun müssen, weil sie sich einmal eine Software entwickelt haben, die sie verkauft haben oder weil sie in eine gewisse Währung investiert haben oder Aktien gekauft haben oder Sonstiges oder Online-Produkte erstellt haben oder einen Online-Shop haben oder was auch immer. Und deswegen, bitte gib deinem Umfeld Zeit, erwarte nicht von deinem Umfeld, dass es gleich den gleichen Weg geht, den du auch gehst. Wie mache ich das mit meinem Kind? Ich mache das so, dass ich ganz einfach immer irgendwas Rohköstliches zu essen anbiete. Etwas zum Beispiel, was ich zubereitet habe oder einfach nur Obst aufgeschnitten oder Gemüse aufgeschnitten und dazu einen Tipp oder zu den, keine Ahnung, ganz oft gibt es zum Beispiel Banane mit Nutella. Ja, meine Güte, die Nutella ist jetzt nicht so toll, aber sie ist eine Banane, also meine Tochter und sie isst auch einige Stücke ohne Nutella. Also, bitte macht es euch da nicht fertig, sondern geht es lieber einen Schritt nach dem anderen. Und denkst daran, eine Ernährungsumstellung ist einfach ein Prozess. Halte dir vor Augen, wenn du deine Ernährung umstellst und die vielleicht von heute auf morgen ziemlich krass umstellst, dass du sehr wohl sämtliche Entgiftungserscheinungen durchleben wirst und dass dein Körper einige Zeit brauchen wird, bis er diesen Entgiftungsprozess abgeschlossen hat. Nicht jeder ist so mutig wie du. Also gerade Menschen in deinem Umfeld, zum Beispiel Familie, die sind oft nicht so mutig. Meine Großeltern, die sind nicht so mutig, dass sie das ausprobieren würden, weil sie keinen Grund und keinen Sinn darin sehen. Und wenn du jetzt am Anfang stehst, dann wirst du Entgiftungserscheinungen haben und da wird es dir immer wieder mal schlecht gehen. Und würdest du in diesem Zeitraum schon von deinem Umfeld verlangen, dass sie auch den gleichen Weg gehen, den du gehst, dann würdest denen ja auch schlecht gehen und du könntest gar nicht für sie da sein. Es würde euch zusammen schlecht gehen, im schlimmsten Fall. Und dann würdet ihr zusammen vielleicht entscheiden, dass ihr aufhört. Und da habe ich für mich auch festgestellt, dass es super gut ist, wenn du dich zuerst mal auf dich selber fokussierst und deine Ernährungsumstellung quasi durchlebst und gehst, dass du dann viel mehr Kraft hast, vor allem wenn der Entgiftungsprozess abgeschlossen ist, dann kommst du ja wieder in deine Kraft. Und diese Kraft, die du dann entwickelst, die ist so unglaublich gigantisch, dass du einfach viel mehr Möglichkeiten hast, um für andere auch da zu sein. Ja, also ich wünsche dir, dass du es schaffst, für dich da zu sein und einen guten Weg zu finden, warum du deine Ernährung umstellen möchtest. Mach dir keinen Stress von außen. Liefere niemandem die Möglichkeit, dass er sagt, aha, du machst ja jetzt diese Ernährungsform. Lass dich nicht in eine Schublade schieben, sondern stehe einfach dazu, dass du jeden Tag aufs Neue die Entscheidung treffen darfst, für das Außen, wie du dich ernähren möchtest und finde für dein Inneres eine Sicherheit, einen Weg, warum du den gehen möchtest. und dann geh ihn. Geh ihn mit Abstechern. Denn nur diese Abstecher oder Fehler oder Hoppalas oder diese jetzt esse ich dann doch mal was gekochtes, bringen dich dazu, dass du dich in deinem Weg bestätigt fühlst oder dass du da eine krasse Veränderung spürst und wahrnimmst. Ich hoffe, dieses Video hat dir super weitergeholfen. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Ich werde jetzt noch da eine Runde meditieren und quasi entspannen, mich fokussieren und ich wünsche dir einen super, super schönen Tag und gutes Durchhalten bei deiner Ernährungsumstellung. Alles Liebe.